Hallo ihr Lieben, ich wünschte ich könnte das neue Jahr mit besseren Nachrichten beginnen irgendwie, aber ich muss euch leider eine Neuigkeit verkünden, die ebenso tragisch wie überraschend kommt, zumindest für mich. Alexi Laiho von Children of Bottom verstarb Ende letzten Jahres noch, also der genaue Todeszeitpunkt ist noch nicht bekannt, eben im Dezember. Und tja, gestern gab es eine überwältigende Welle an Mitleidsbekundungen online und ist natürlich auch ein Beweis, wie viele Menschen und Musiker Children of Bottom inspiriert hat. Ja, beziehungsweise eben wie überraschend das alles kam. Nachdem sich die Band 2019 aufgelöst hat, ist das natürlich jetzt auch das Ende der Geschichte. Ich bin sehr froh, dass ich sie 2019 nochmal gesehen habe. Sein Management zufolge litt er scheinbar an mehreren schweren oder langwierigen Krankheiten, denen er jetzt eben nur mit 41 Jahren erlag. Ja, es ist verdammt tragisch. Children of Bottom wurde 1993 unter anderem Namen damals gegründet. Es gab noch drei Demos, bis man seinen Stil irgendwie gefunden hat und den Namen, mit dem sie dann bekannt wurde, nämlich Children of Bottom, nach einem ungeklärten Mordfall am Bodomsee bei Helsinki, bei dem drei Jugendliche erstochen wurden und der Mörder niemals ermittelt werden konnte. Also eine spannende Geschichte, die dahinter stand. Eigentlich nannte man sich auch nur um, weil man ein Angebot von Spimefarm Records hatte, das besser war als das von dem belgischen Record Label, das man vorher hatte. Ja, naja, aber es ging danach einfach nur noch bergauf. Auslandsvertrieb, Don Nuklear Blast, erstes Konzert als Vorband von Dimo Borgia, die folgende Split-Veröffentlichung Platz 1 in Finnland, Europa, Tour und so weiter und so fort. Ich meine, wir könnten jetzt hier die Geschichte und natürlich auch die Erfolge und Chart-Einträge runterrappen, aber das hat hier im Endeffekt auch für mich nichts, was jetzt nur abrechenbar ist. Und ich glaube, ich spreche da jetzt für sehr viele von euch, wenn ich sage, Children of Bottom ist eine der wichtigsten Bands unserer musikalischen Sozialisation. Also ich habe alle Alben bis Blooddrunk im Regal und weiß genau, wie krass es mich damals weggepustet hat, als ich zum ersten Mal Are You Dead Yet gehört habe oder Hate Crew Death Roll oder so. Das hat mich komplett weggepustet und meinen Weg in den Melodic Death Metal geebnet. Er war wohl einer der virtuosesten Gitarristen der Metal-Szenen und eine Person, über die ja alle immer eine Meinung zu haben schien, ob auf der Bühne oder hinter der Bühne. Und to be honest, ich habe ihn nie getroffen und hatte irgendwie auch nie so eine richtige Meinung. Aber das hat andere nicht davon abgehalten, einen zu haben. Naja, deswegen möchte ich hier von mir aus gar nichts weiter zu ihm als Person sagen. Ich möchte einen Absatz aus der Zeit zitieren, den ich interessant finde. Laiho, der früh heiratete, sich früh scheiden ließ, nur um wieder zu heiraten, schien entsprechend zerrissen. Zwischen Metal und Hochkultur, Pose und Ironie, Frauen und vielleicht auch Männern, sich selbst und den anderen Bandmitgliedern, dem Image als Wildchild und dem Älterwerden. 2019 löste sich die Band auf, angeblich vor allen Dingen wegen Streit zwischen Laiho, der schon seine Anteile an der Band verkauft haben soll und den anderen Bandmitgliedern. Also auch sehr interessante Nebeninformationen, was da vielleicht auch schon ihm selbst bekannt war. Mit der Band schien dem Gitarristen, der mit seinem extrem melodischen und virtuosen Spiel ganze Generationen von Metal-Bands beeinflusste, etwas Wichtiges gefehlt zu haben. War auch in anderen Bands, Warman, Synergy, Kühle Hulut und The Local Band. Und darüber hinaus hat er beispielsweise als Hauptstar beim Helsinki-Festival einer Gruppe von 100 Gitarristen vorgestanden in 100 Guitars from Hell. Das war so ein gewaltiges Konzertstück, das er komponierte. Also da ist wirklich ein Mastermind gegangen. Das sich aber auch nicht scheut, Britney Spears zu covern oder Küsse auf der Bühne zu verteilen. Tja, was soll's, er wird den meisten von uns vermutlich ein Mysterium bleiben. Und ja, es gibt tatsächlich noch ein Musikvideo, das noch nach seinem Tod veröffentlicht werden soll. Und das wird sicherlich ein sehr seltsames Gefühl, das zu sehen. Damit geht auf jeden Fall einer der Gitarrenhelden meiner Generation. Und damit ist nun Children of Boredom auch für immer begraben. So die Idee, das alles dahinter. Er war ein Original und er ist nicht ersetzbar. Er reiht sich da ein in den Metal-Olymp und das ist schlimm, dass man das von einer Person sagen muss, die nur 41 Jahre alt werden konnte. Aber das passt ja irgendwie auch zu diesem ganzen Rockstar-Lifestyle. Live fast, die young. Was soll ich sagen? Es gibt da, glaube ich, nichts Vernünftiges oder Lustiges, Sinnvolles, was so eine Situation irgendwie aufklären kann oder verklären kann. Whatever. Ich hoffe, dass das nächste Video hier auf diesem Channel eine positivere Botschaft beinhaltet und nicht sowas. Ja, das war es erstmal von meiner Seite. Wenn ihr heute Abend noch nichts vorhaben solltet, 20 Uhr auf Twitch, erster Stream des Jahres. Sehen wir uns dann vielleicht und ansonsten dann im Verlauf der Woche hier wieder auf dem Channel. Oder auf meinem zweiten Channel. Bis dann, Tschüssikowski. Haltet die Ohren steif und verliert nicht gleich den Mut auf dieses neue Jahr, denn technisch gesehen war das noch 2020. Bis dann. Tschüssikowski Tschüssikowski Tschüssikowski